Hallo und herzlich willkommen am Kumpelgut Erlebnishof für krebskranke Kinder in Wels. Ich bin die Jana und möchte dich heute herzlich einladen mit mir den Hof zu besichtigen. Und vor allem möchte ich dich einladen hier in Zukunft eine schöne Zeit zu verbringen. Also auf geht's, schauen wir mal was hier so geboten wird. Hier entsteht der Essens- und Aufenthaltsraum. Und von der Galerie geht's ins Spielzimmer für die Großen. Und jetzt zum Spielzimmer für die Kleinen. Wie man sieht, gibt's hier noch einiges zu tun. Und nun werfen wir einen Blick in eines der Schlafgemächer. Hier im Betreuerzimmer habe ich den Andi getroffen. Der will euch noch etwas erzählen. Ja, die Jana hat schon gesagt, ich bin der Andi. Ich bin vom Verein Emotion. Und der Verein hat sich da als Ziel gesetzt, krebskranken Kindern eine schöne Zeit haben zu ermöglichen, sobald sie wieder ein bisschen fit sind, um 14 Tage einfach nur Kind sein wollen. Diese Möglichkeit wollen wir hier bieten für die Kinder. Und dass wir ihnen das ermöglichen können, braucht der Verein natürlich die Unterstützung von den Erwachsenen. Wir haben uns da vorgestellt, eben über Patenschaften das zu finanzieren, wobei die Patenschaft 8 Euro im Monat beträgt, was im Endeffekt ein kleiner Betrag ist, was sicherlich eine große Wirkung bei den Kindern dann nach Sicht zieht. Nachdem wir vom Andi jetzt mehr über Emotion erfahren haben, schauen wir uns den Rest des Hofes an. Das ist die Küche. Hier entsteht die Freiküche und im Hintergrund der Erlebnis-Spielplatz. Nach dieser Besichtigungstour liegt es nun an Ihnen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und uns zu unterstützen. Das ist die Küche.